Wie funktioniert Baseball? Beim Baseball treten zwei Teams mit je neun Spielern gegeneinander an. Abwechselnd hat ein Team das Schlagrecht, während das andere Team das Feld verteidigt. Dieses Feld besteht aus zwei Zonen, dem Fair-Territorie und dem Foul-Territorie. Was sind Baseball-Wetten? Auch wenn Baseball bei den europäischen Wettanbietern als Randsport abgilt. Erfreuen sich Baseball-Wetten in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit. Welche Baseball-Wetten gibt es? Grob muss unterschieden werden zwischen Saison-Wetten und Match-Wetten. Warum sind Baseball-Wetten so beliebt? In Deutschland nimmt der Trend stetig zu, sich auch mit anderen Wettsportarten abseits des Fußballs zu beschäftigen. Auch wenn Baseball im europäischen Raum immer noch zu den Sportarten gehört, die eine untergeordnete Rolle im Wettgeschäft spielen, sind Baseball-Wettung kein Insider-Tipp mehr. Auf welches Team soll ich beim Baseball wetten? Je nach Saison gibt es unterschiedliche Teams, die sich durch ihre Leistungen hervorheben und sich somit für eine Wettabgabe besonders eignen. Deshalb ist es ratsam, sich über die vergangenen Ergebnisse zu informieren. Welche Strategien gibt es für Baseball-Wetten? Um Geld bei Baseball-Wetten zu gewinnen, gibt es natürlich kein allgemeingültiges Erfolgsrezept. Dennoch lassen sich Aussagen darüber treffen, mit welchen Methoden tendenziell bessere Ergebnisse erzielt werden. Welche Baseball-Wetten-Anbieter gibt es? Die meisten größeren Wettanbieter bieten mittlerweile Baseball-Wetten an. Zu diesen zählen unter anderem, gibt es einen Anmeldebonus für Baseball-Wetten? Einen speziellen Bonus extra für Baseball-Wetten gibt es momentan nicht. Zahlreiche Wettanbieter bieten aber einen Willkommensbonus für Neukunden oder einen Einzahlungsbonus für Neu- und Bestandskunden ab einer bestimmten Summe an. Welche Apps eignen sich für Baseball-Wetten auf Android oder iOS? Die meisten Wettanbieter betreiben zusätzlich zur Website für den PC eine App für Android oder iOS. Besonders eignen sich die Apps von Tipico, Bet365 oder BeWin, die sowohl für Android als auch für iOS existieren. Auf was muss ich bei Baseball-Wetten achten? Aufgrund des komplexen Regelsystems sind Baseball-Wetten nicht für jemanden geeignet, der sich vor der Wettabgabe nur oberflächlich mit der Sportart beschäftigen möchte. Beim Wetten auf diese Sportart können natürlich Zufallstreffer geschehen, aber für einen langfristigen Erfolg stehen die Chancen durch diese Vorgehensweise eher schlecht. Kann nicht ohne Einzahlung auf Baseball wetten. Die meisten Wettanbieter bieten einen Anmeldebonus an. Doch nur selten handelt es sich hierbei um die Möglichkeit, ohne jegliche Einzahlung zu wetten. Zu groß ist das Risiko, dass der Wettende nur den kostenfreien Betrag einsetzt und daraus einen hohen Gewinn erzielt. Ohne dass der Anbieter einen Nutzen aus dieser Vorgehensweise ziehen kann. Was sind die berühmtesten Baseball-Spiele der Welt? Zu den berühmtesten Baseball-Spielen gehören neben der siebenmonatigen Saison der MLB die alle vier Jahre stattfindende World Baseball Classic. Das internationale Baseball-Turnier fand erstmals 2006 statt. Das zweite Turnier bildete eine Ausnahme innerhalb des vier Jahre Zyklus, da dieses bereits im Jahr 2009 ausgetragen wurde. Wie läuft ein Baseball-Spiel ab? Die Spielabschnitte des Baseballs werden als Innings bezeichnet. Ein Spiel besteht aus zwei Half-Innings, die wiederum in mehrere Innings unterteilt werden. Normalerweise besteht ein Spiel aus neun Innens. Eine Zeitbegrenzung existiert bei Baseball. Spiel nicht. Was muss ich bei Baseball-Wetten beachten? Beim Baseball solltest du dir außer den Regeln noch zusätzliches Wissen aneignen. Bevor du beginnst, in dieser Sportart Wetten abzuschließen.